Dann lieb ich mich nicht. Ich habe noch einige Bemerkungen zu machen. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass verschiedene von euch gegen eine ganze Reihe von Geboten ungehorsam gewesen sind. Ich habe erfahren, dass Briefe ohne vorherige Durchsicht abgeschickt wurden. Sie enthielten unberechtigte Klagen über unser Stift. Meine Dienstboten sind angewiesen, solche Verfehlungen sofort zu melden und Fräulein von Rackett wird die angemessenen Strafen sofort verhängen. Also, ich warne euch!